Hallo, wir sind es wieder, aus Parchen, das Autohaus Burmeister. Mein Name ist Jens Strattmann und heute möchte ich euch unseren Neuzugang, den Gebrauchtwagen, einen Ford Focus vorstellen. Ein richtig schönes, komplettes Auto von Baujahr Juni 2014. Hat 76.000 Kilometer gelaufen und hat einen 1,6 Liter im Benzinmotor mit Schaltgetriebe. Es ist ein schöner Kombi. Ihr seht, er ist sehr gepflegt von einem Vorbesitzer. Er hat sich jetzt ein neues Auto bei uns gekauft, einfach ausgestattet. Er hat Nebelscheinwerfer, er hat zum Beispiel an der Frontscheibe einen Regensensor. Das heißt, die Scheinwischer gehen an, wenn die bestimmte Anzahl Tropfen drauf ist, braucht man also nicht mehr den Scheinwischer betätigen. Wie gesagt, ein Kombi, ein großes Auto für eine junge Familie, sehr preiswert das Auto oder für einen jungen Einsteiger. Wenn man irgendwo mal weiter weg hinfahren will, kann man die Rücksitze umklappen. Man kann auch drinnen schlafen im Auto. Das Auto hat Allwetterreifen, also man braucht nicht wechselnd Sommer- und Winterräder. Wie gesagt, das ist alles perfekt. Allein wenn wir zum Beispiel mal hier in den Kofferraum reingucken, werdet ihr das sehen. Sehr groß. Man kriegt genug Gepäckstücke rein, wenn man mit der Familie wegfahren will. Oder wenn man einen großen Einkauf zum Wochenende hat, kriegt man alles verstaut. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, das Auto hat noch ein richtiges Notrad. Ist immer besser, wenn man eine Panne hat, dann kann man sich schnell weiterhelfen. Und so ist es alles okay. Wenn wir die Klappe zumachen. Wenn ihr seht, er ist in der Farbe so ein bisschen im Beigeton gehalten. Aber keine optischen Sachen, die irgendwie zu sehen sind bei dem Kilometerstand. Wir gucken einfach mal rein, ob er drinnen auch so schick ist wie draußen. So, jetzt sind wir drinnen im Auto. Was natürlich gleich auffällt, er hat hier eine Klimaautomatik. Ein 5-Franken-Schaltgetriebe, wie ich das schon gesagt hatte. Er hat eine Lichtautomatik. Das heißt, wenn es dunkel wird oder schlechtes Wetter, sage ich mal, geht das Licht alleine an. Man kann die Außenspiegel elektrisch verstellen. Er hat vorne Fensterheber, alles andere Kombi-Instrument. Man kann Telefon anlernen. Das alles, was wirklich ein Auto braucht. Wie gesagt, sehr preiswert. Man kann Musik hören, auch über einen USB-Stick. Er hat CD mit bei. Wenn euch das Auto interessiert. Also wie gesagt, es ist alles gemacht am Auto. Sehr, sehr guter Zustand. Und meldet euch einfach bei uns. Ruft uns an oder kommt vorbei. Könnt eine Probefahrt machen und dann schauen wir weiter. Euer Autohaus Burmeister. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020